also hallo zusammen ihr lieben hörerinnen und hörer hier sind wieder eure aussätzigen zauber oder hexen hexen diesmal race und jude und wir haben gerade spekuliert wie lange wir das noch machen können weil die haben uns jetzt mit unseren stimmen ja kam eine super meldung auf heise kam gerade heute habe ich die rein zufällig wieder mal so im augenwinkel gesehen nämlich da gibt es ein ki start up das im prinzip jetzt so ein system aufsetzt das in echtzeit im prinzip die stimmen anderer personen umwandelt also du sprichst ins mikro und sprichst dann nicht mehr mit deiner eigenen stimmen sondern mit deiner mit zum beispiel meiner oder mit dem oder unsere oder eure stimme oder irgendwem man muss halt nur die stimmen anlernen also ist eine ki sprich das ding muss genug samples haben um hat die modalitäten der stimme da in irgendeiner form eben dann auch erkennen zu können waren sie in den podcast feed zum beispiel könnt sind könnt ihr den was weiß ich nimmst du die cae da gibt es genug freakshow da kannst du oder was haben wir noch mit korrekt oder was ihr sonst noch hört sprichst du dann halt mal mit der stimme von also was jemand anderem was sie jetzt schon haben ist barack obama ja okay der war ja auch schon mal in dem einen video mit video ja ja also es ging aber das ist jetzt sozusagen es kommt jetzt an das neue ist das wird jetzt greifbar und nicht nur sozusagen es geht das war ja so ein proof of concept vor zwei jahren oder wander und jetzt ist es so ein thema es rückt näher liebe gemeinde ja also nicht wundern wenn wir demnächst auch stimmlich anders rüber kommen kann das einfach wir könnten das auch mal nutzen weil auch der sinn wir sind wir wir wollen ja immer genau pseudonym durch die ich will das jetzt auch mal mit transkripieren transkripieren vielleicht ich will auch mal transkripieren und mal gucken wie so die zuordnung über auf vonik läuft ja wobei wir reden schon wieder komisches zeug ne aber lass mal also grundsätzlich finde ich trotzdem mal interessant also auf der einen seite sehen wir bei solchen meldungen ja dann auch immer irgendwie es geht vorwärts ja und es macht schon auch erstaunliche gibt da erstaunliche beispiele wie gesagt vor einigen monaten war ja das mit den wo sie das mit cgi mit bildern gemacht haben so 3d aufnahmen die dann im prinzip dann in echtzeit was weiß ich das gesicht halt entsprechend bewegt haben so dass du im prinzip ein video machen konntest mit jemand anderem und das machen sie jetzt mit stimme und so das hört sich alles super an auf der anderen seite du warst auch auf diesem microsoft event oder schon auf vielen microsoft event nicht nur da ich war auch bei amma 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 nein ich will ich weiß du willst auf die transkription hin weil microsoft macht zeit geraume zeit eigentlich bei ihren öffentlichen veranstaltungen immer die präsentation inklusive einer echtzeit transkription über ihre eigene ki beziehungsweise ihre eigenen escher geschichten diese da anbieten also das kann man auch selbst nutzen und das sitze im publikum und die sprecher sprecherinnen die irgendwas präsentieren während im prinzip transkript hier das heißt es läuft immer der text der gerade gesprochen wird so unten im bild lang was da aber sie ist da wo ich jetzt drauf raus wollte ist eigentlich auf der einen seite wie gesagt viele viele sachen die so nach vorne gehen wo man sagt eben auf der anderen seite siehst du da mit echtzeit hat das dann noch nicht so viel zu tun also wenn je nachdem wie gesprochen wird bei denen klappt das mal mehr gut mal weniger bereich aber es ist schon so im sekundenbereich also es ist manchmal schon so der satz ist dann halt doch schon rum und dann kommt erst die übersetzung das finde ich dann wieder beim ccc geiler also beim kongress wo dann eben sind auch menschen die dann simultan gebärde sprachen toll menschen ja also was sowieso das verstehe ich sowieso nicht das fast nur noch dass das überhaupt geht das ist ja aber es ist jenseits von ganz böse ich bewundere die menschen die sowas können das ist vielleicht machen wir mal eine schulung für sowas aber unabhängig davon wie gesagt auf der einen seite kai ist ja ehe so ein zauberwort ist ja magic was für die aussaubere natürlich dann gleich wieder gefundenes fressen ist aber auf der anderen seite sieht man naja so richtig super gut funktioniert es dann halt doch noch nicht und die schritte zur in richtung perfektion oder wirklich gebrauchbar oder brauchbaren ist dann doch noch sind doch noch viele also anderes thema sind diese diese digitalen assistenten die es da gibt ich habe mir auch mich hinreißen lassen mir so eine box da von apple zu kaufen so eine mülltonne für das wohnzimmer wo ton rauskommt mit mikros genau also sagen wir mal so soundmäßig ist das ding genial das macht also wirklich guten guten klang musik kann man damit hören ja aber alles andere ist wirklich sprache ist schlecht hier na also versteht mich schon aber da kommt nur so so raus also da kommt nur zeug raus was ich anders schneller krieg als info ja und missversteht dann auch viel und manchmal passieren auch ganz lustige sachen ja du redest irgendwie und dann fängt das ding auf einmal an zu prappeln weil es gedacht hat es hätte das stichwort gehört was das aktiviert und so obwohl das nie gefallen ist das wort also alles nicht so wie man sich das vorstellt beziehungsweise wie es halt in der werbung gerne ja dargestellt wird also ich habe muss ich ja ganz ehrlich sagen so den riesen hype da mit diesen assistenten kann ich nicht wirklich nachvollziehen aber gut wir sind ja schon alte zauberer von daher rinnen entschuldigung ja genau und weil es gerade zum thema passt also im aktuellen raspberry pi magazin also 0 2 20 19 gibt es einmal das thema sprachsteuerung zum selber bauen aber da gibt es noch was besseres da gibt es nämlich ein pai mit zwei lautsprechern den setzt du oben auf den amazon wie heißt das gedöhnt amazon amazon halt lautsprecher ich glaube ich bin heute schon wieder durch es ist zu spät alexa alexa genau für alexa zum draufsetzen um quasi den schall zu eliminieren also auf die mikros setzt man oben ein hat ja ein respy mit und der mit zeug und der macht dann so den schall dass man kein schall mehr hat also ja anonymisiert das zeug ich wollte gerade sagen also der macht nicht nicht kein schall sondern der anonymisiert und was auch geil ist der baut dann so funktionen auf weil das auch in echtzeit funktioniert du musst dann halt nicht mehr alexa rufen oder das codeword was du da eingegeben hast du sagst du sagst dann zum beispiel hall ja wie warum machst du die tür nicht mehr auf oder so und er sagt dann all 9000 2001 oder diesen weltraum und der gibt dann die zur antwort dave ich kann ich nicht leiden aber also man kann dann sogar noch funktionen obendrauf bauen die so nicht vorgesehen sind finde ich halt schon ganz also der artikel heißt alias hilft beim schutz ihrer privatsphäre smarte lautsprecher wie google home oder amazon echo sind praktisch gefährden aber die privatsphäre amazon echo ist das ding es ist das stimmt alexa ist der name der ki so also also das war verlinken wir das thema ich hoffe das kann man verlinken ich habe hier das heft ja doch ich glaube schon also dann da ist aber ein link drin ja ja kann man denke ich mal dateien stehen auf github da müssen wir mal gucken auf was wir da linken ja geht hey geil ja das ist glaube ich sogar das offizielle heft von raspberry ja das ist sowieso und das kriegt man ja auch online kostenlos her also das ist also eine gute quelle genau aber genau und zu dem anderen thema wusste ich noch was und zwar ich war ja du hattest ja verpflichtungen und ich war bei aws ja die hatten auch diese transkription an der leinwand besser als microsoft schnell cool mehr sprach ich ach cool also diese aws services ist schon hammermäßig die waren da echt gut und das waren glauben niederländer mit akzent und so war war genial also das war echt der der gehört auch zu dem team oder war einer der verantwortlichen ich bin da noch nicht so fit bei den namen bei aws aber der unter beeindruckende dinge gezeigt auch datenschutz mäßig so wie kann man die bewegungsdaten aus einem mobilfunknetz sozusagen anonymisieren und visualisieren mit cloud technologie und da wären wir ja beim thema das ich mir so heute vorbereitet habe wer hat angst vor der cloud oder warum hat man eigentlich angst vor der cloud oder was ist das problem mit der cloud und dem datenschutz jo tolles thema also mir muss man natürlich mal ein bisschen länger darüber nachdenken was da so bereiche sind die zumindest mal irgendwie den datenschutz hat tatsächlich berühren eins was mir so spontan immer so direkt einfällt mit cloud ist halt dass du natürlich datenverarbeitung jetzt mal unabhängig davon ob der personenbezogene daten mit bei sind oder nicht natürlich eben nicht mehr selber erledigt sondern irgendwo anders machen lässt was letztendlich bedeutet dass du ein stück weit kontrolle also wie wird verarbeitet was wird verarbeitet wer hat damit zu tun und so weiter natürlich in irgendeiner form abgibst das ist einfach so ist alle mit deinem rechenzentrum liegt nicht mehr in deinem keller sind nicht mehr deine admins jedenfalls sind nur noch oder dein computer ist nicht mehr dein computer ist nicht deine hardware so das ist so ein feld was mir einfällt da können wir ja nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen so auf die verschiedenen sachen also kontrollmöglichkeiten ist ist eine eine geschichte zweite sache die mir da mal kurz einhaken oder willst du erstmal auch die drei sachen vielleicht fällt dir noch was ein und dann lass uns auf die einzelnen punkte dann noch mal eingehen und das zweite was mir immer spontan dazu einfällt was auch so immer das mehr oder weniger erste oder ziemlich vorne zumindest dabei ist wenn datenschützer mit cloud anfangen ist du weißt nicht so wirklich wo wird verarbeitet also die die annahme der cloud so historisch sage ich jetzt einfach mal war ja immer so das ist die wolke und keiner sagte mir ganz genau wo was wie geschieht das ist aber ein thema was man ein bisschen genauer sich angucken muss kann man auch nachher noch mal ein bisschen bisschen drauf eingehen so das lokationslokationsprobleme auf fremdsprache also dieses 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 thema schlicht und ergreifend was die datenschützer will ja wissen liegt das denn jetzt wenn der dsgv liegt das im europäischen rechtsraum liegt das im drittland oder was auch immer ja so geht ja noch weiter nicht der datenschützer willst wissen es sollte der betroffene der kunde der dessen daten es sind können genau und dann die ganzen juristischen ja und dann hatte ich noch ein drittes feld das ist mir jetzt aber leider abhanden gekommen ich hab dich wieder auf dem konzept ja wie immer geht dann fange ich mal an ich fange quasi mal ich gehe da anders vor kommt vielleicht auf dieselben punkte also ein thema für mich ist immer wie kriege ich die sicherheit hin also it-sicherheit nur also damit das ganze sicher ist dann das thema vertrauen kann ich dem provider dem dem diensteanbieter vertrauen dann wenn ich in die luke gehe ist sozusagen ein punkt wichtig dass was eben nicht mit it sicherheit geschafft werden kann auch nicht mit vertrauen das thema wer hat es erlaubt dazu darf ich überhaupt also wessen datensinnes und was habe ich dem erzählt was ich tue und kann ich diese story auch mit der cloud machen hat ein bisschen was vielleicht mit ort und transparenz zu tun aber dass du die story erstmal wer hat es erlaubt ja genau genau also dann dein thema mit der security hat das können wir vielleicht als aller erstes mal darüber einsteigen mit auch mit ort zu tun also das ist ja genau das ein stück weit was ich meinte mit kontrolle ja also im sinne von wenn das wenn wenn ich selber verarbeite sprich ich habe meine administration ich habe mein rechenzentrum und killer schön alles gut gemacht unterbrechungsfrei stromversorgung schön klimatisiert alles gut alles gedoppelt alles dreifach und so weiter habe ich natürlich auch relativ einfach in anführungsstrichen logisch mit mit aufwand aber für mich erstmal einfach auch sowas wie notwendige sicherheitsmaßnahmen aufzubauen physikalischer schutz bis hin eben wie kann ich sicherstellen dass integrität gesichert ist wie kann ich sicherstellen dass berechtigungen entsprechend durchgesetzt werden können all diese dinge habe ich natürlich viel besser im griff weil das eben in meinem umfeld fällt also ich da direkt auch einfluss drauf nehmen kann das thema bei cloud wie auch früher schon das hat jetzt erstmal mit cloud nichts zu tun gehabt sondern bei dem thema ich mache das bei einem externen dienstleister der hat sein rechenzentrum zur verfügung stellt wo ich dann unter umständen eben nicht mehr den kram so aufbauen kann so kontrollieren kann wie ich es gewohnt bin da wollte ich auch grau drauf also das ist sozusagen nichts neues denn angenommen ich habe keine ahnung von it such mir da jemanden oder ich lege meinen podcast zu irgendeinem dienstleister wie auch immer die heißen hosting oder entweder ich betreiben server auf in dem rechenzentrum von jemanden oder einen virtuellen server oder gar und sich ein service wo ich ein podcast direkt rein schmeiß selbe thema das heißt da muss ich vertrauen da habe ich die sicherheit auch nicht selber in der hand oder nur mehr oder weniger hat in der hand und wenn ich mich nicht auskennen ist das ein thema muss ich mir halt einen suchen der sich auskennt und den auswählen und wie du schon gesagt hast da ist der der unterschied zur cloud eigentlich gar nicht so groß wie viele meinen sondern da ist es halt das thema wie finde ich einen zuverlässigen provider kann ich da vertrauen haben oder nicht wie weit gehe ich da das heißt wie weit verstehe ich das thema was kann der mir für garantien geben was erzählt er mir und an was kann ich das prüfen das ist einmal so im kleinen wenn ich ja am podcasting haben wir viele zuhörerinnen und zuhörer die auch podcasten oder so als ja sage ich mal einzelkämpfer selbstständig freiberufler die die sind auch nicht unbedingt die wenn sie nicht gerade im it- und software umfeld unterwegs sind können die das dann auch nicht selber das heißt die sind da auch darauf angewiesen oder wenn du was ganz anderes machst wenn du gut bist im kaffee kochen heißt nicht dass du it-sicherheit verstehst und da gibt es die problematik auch das heißt da ist cloud eigentlich nicht so weit weg und da muss man eben gucken ja wer kann mir sagen was gut und schlecht ist aber es ändert sich nicht so viel im vertrag sieht man ein bisschen mehr also wenn man dann den vertrag guckt aber wenn ich nicht weiß wie das ganze funktioniert hilft mir der vertrag wahrscheinlich auch nicht so wirklich sondern bräuchte ich eine gute empfehlung oder es gibt ein gütesiegel auf das ich vertraue und da sind wir schon bei einem der problem die ich immer habe die gütesiegel die ich so kennen sind so unterschiedlich das ist so ähnlich wie mit dem ganzen bio zeug naja guckte da wo du sagst man mal mehr mal weniger und bio heißt nicht nachhaltig man müsste auch wissen was heißt siegel ja ist dort auch nicht anders wie in allen lebensbereichen wahrscheinlich ja guckte ja guckte das thema an was weiß ich was war hier vor kurzem diese dampf hoch in südamerika wo der tüffe rheinland oder wer auch immer da irgendwie da wochen vorher ein gütesiegel abgegeben hat das geprüft hat und hat das für gut befunden also da ist immer die frage was ist es dann wert aber wo ich noch mal drauf oder was heißt es da fällt mir noch ein das das kenne ich noch aus meiner schulzeit die war im letzten jahrtausend und zwar da gab es auch schon eine historie ja wenn der wenn der halt volljährig was du einen führerschein machst das heißt mit 21 oder heute mit 18 oder 17 du hast noch mit 21 gemein auf jeden fall auf jeden fall ja doch das kommt schon hin ja auf jeden fall gab es da schon die story sozusagen mit der tüff prüfung du fährst beim auto hin und kriegst du einen tüff bekerl und wenn du vom hof fährst und es bricht hinterher zusammen oder das war das letzte stück bremsbelag und die bremsen versagen nachher und du gehst drauf kann der tüff auch nichts dafür weil in dem moment wo das ding auf dem bremsen prüfstand war war es halt in ordnung wenn es im moment danach nicht mehr war das ist das grundsätzliche nicht aber ich meine so extrem ist es in der regel halt nicht und ich glaube die prüfen auch intensiver als früher weil da gab es noch die zeiten da wurden noch 50 mark scheine am auspuff das zum flicken der löcher verwendet weil das hat funktioniert also die die also zum einen die problematik natürlich was heißt das überhaupt aber unabhängig davon wollte ich noch mal auf ein anderes thema eingehen was natürlich schon unterschied ist was aber mit cloud an sich erstmal nichts zu tun hat ist das natürlich hat sich technologie geändert ja also die art und weise wie heute rechenzentren funktionieren oder wie auslagerung von funktionen funktionieren also du sagst jetzt zum beispiel du willst dein web server nicht mehr selber betreiben im klassischen bild hast du dann irgendwo bei einem rechenzentrums betreiber sag ich jetzt mal ins firma ja jetzt mal nicht der kleine podcaster sondern die große firma sagt hier ich brauche da irgendjemand der server betreibt und wurde da dediziert für dich ein server hingestellt und hast halt ein paar tausend dem mark oder was auch immer bezahlt und dann lief das ding irgendwie heutzutage reden wir von von natürlich ganz anderen dingen die viel klein und feingliedriger betrachtet werden können also nehmen wir jetzt als einfache thema virtualisierung du hast nicht einen server da stehen der nur für dich zuständig ist und hast eine größere maschine wo viele virtuelle systeme drauflaufen und viele server systeme drauflaufen auch von verschiedenen kunden auf eine hardware das ist heute gang und gäbe ist klar aber wo wir wo wir jetzt sogar noch extremer reinkommen ist dass es sogar auf service ebene funktionen auf funktionen runtergebrochen managed services ja und und micro services ja oder nimm dieses ganze termen serverless computing ja du hast gar kein server mehr sondern du hast nur noch eine du hast im prinzip eine funktion und die wird dir mit einem bestimmten service level agreement also mit einer verfügbarkeit zur verfügung gestellt und wie die zustande kommt muss dir ganz egal sein weil du bezahlst nur für die verfügbarkeit und nicht für einen server wo dann irgendwas drauf läuft und der steht in frankfurt sondern das kommt aus der wolke hoffentlich auch ein bisschen was für die sicherheit nicht auf die verfügbarkeit genau so ist es und komplexität darunter die versteht man ähnlich und ich kenne auch mitstreiterinnen und mitstreiter die waren mal vor 15 jahren das letzte mal in dem rechenzentrum ja okay wenn du heute reingehst viel anders sieht es auch nicht aus doch menschenleere noch menschenleere noch menschenleere aber ich muss jetzt sagen so brutal anders sieht es nicht aus was da drin ist funktioniert halt anders die komplexität die packungsdichte okay klima funktioniert anders man baut die dinge anders auch security entwickelt sich weiter man macht andere dinge man baut sie vielleicht effizienter einfacher skalierbarer also sozusagen fläche kann ich einfach erweitern und da gibt es verschiedene konzepte ich schraube dann die die versorgung an die seite hin in der reihe oder ich baue sie hin das haus oder aufs dach oder in untergrund aber das ist alles auch im wandel wie gesagt ist ein thema und dein dein cloud provider kann das auch selber machen oder lässt es machen ist ja auch so ein ding da gibt es ja auch welche die haben das auch nicht bei sich stehen sondern die setzen wieder auf den nächsten service auf so wie wie zum beispiel wenn man mal reingeguckt hat ich weiß nicht wie weit es heute ist aber doch ist immer noch wenn wenn man so update fürs iphone verteilt dann geht das über solche zwischenhändler wie akamai die im netz und aufwärts damit das geht und ganz hinten dran liegt das ding irgendwo auf aws also amazon web services und auch google die die nehmen das alles gegenseitig auch microsoft benutzt aws und umgekehrt wer weiß nicht ob mike aber erst nicht irgendwas von microsoft betreibt die sitzen ja beide soll in der existiertel glaube ich ja das ist ja auch das ist ja genauso dieses verfügbarkeitsthema und in stich kapazität geraten ertappen kauf zahlt ein so wie man verteilt das und rechenleistung früher hat man das war das nicht mal grid computing ja genau vor 20 jahren habe ich auch schon das ist von der von der von von der drüber nachdenken philosophischen eben her nicht so groß nicht so groß unterschiedlich aber das das ist ja das letztendlich was auch wieder ein stück weit beruhigend ist so viel neues ist es ja dann so viel neues hat es ja dann auch nicht das heißt die fazit ja führt für den teil für den teil it sicherheit cloud angst eventuell unbegründet weil wenn du dich nicht auskennst dann hast du das problem sowieso wenn du dich auskennst dann kannst du es aber auch lösen und kannst den unterschied zumindest rein auf der ebene feststellen hat aber noch andere aspekte also es gibt mit dem ding wo du vorhin gesagt hast im zweifelsfall wenn es dir selber gehört als kleine firma oder irgendwas du kommst halt hin das heißt beim service okay den kann ich abknipsen aber du kannst noch irgendwie hin du hast noch eine räumliche beziehung dazu die dann relevant wird wenn du ja ich bin da schon ein bisschen hast wo du zugreifen musst wie zum beispiel es kommt zu dir der steuerprüfer und sagt wo haben sie jetzt das zeug liefen liegen und ich will mal was sehen oder du hast kunden die sagen erklär mir mal wie das da hinten funktioniert da wird es halt schwieriger das weiterzugeben weil du du kannst nichts zum anfassen bieten naja es gibt also ich will da ein bisschen noch mal drauf drauf raus also dass das das ding ist das ding ist wie kannst du dem also wie kannst du nennen wir das diesen absagten begriff begriff vertrauen aufbauen ja also im sinne von okay wenn ich das selber nicht mehr betreibe ich kaufe das ein was auch immer und der hat vielleicht noch einen subcontract mit einem vertrag mit aws und macht da noch was drauf und das ist ja heutzutage alles gar kein problem das thema was was du ganz schnell hast ist mangelnde transparenz ist ja auch das was in der datenschutz grundverordnung sehr sehr breit auch noch mal aufgestellt wurde transparenz gegenüber betroffenen heißt ja letztendlich du musst es halt irgendwie zusehen dass es dargestellt wird also das problem und da sind die jetzt aber auch alle das ist so das was ich mit mitgenommen habe die letzten jahre alle anbieter eigentlich drauf und dran genau diese transparenz bereitzustellen also genug informationen zur verfügung zu stellen die erklärt wo sind eigentlich unsere rechenzentren was machen wir da drin wie ist das denn grundsätzlich aufgebaut wie sehen unsere policies da drin aus was machen wir was was die aber alle nicht können und das ist ein riesen problem gerade im datenschutz riesen problem weil man sich auf andere auf andere dinge da mal einigen muss diese vorab kontrolle mit ich gehe dahin und gucke mir das an das funktioniert halt einfach nicht du kannst natürlich von einem großen anbieter wie eine t systems wie eine ibm wie eine amazon wie eine microsoft extender extender egal wie sie alle heißen du kannst du kannst kannst du nicht hingehen und sagen hier ich will jetzt aber mal gucken wie ihr eure server dahingestellt haben wie euer zeug funktionieren wie die admins darum laufen weil ich will ja sicher sein als und das recht habe ich ja steht ja im gesetz vorab kontrolle ich muss gucken ob du der richtige bist für mich als partner wenn die das wenn die das so auf der ebene zulassen würden dann hätten die besuche ohne ende dann müssen die leute einstellen den ganzen tag nichts anderes machen wie leute durch ein rechenzentrum schleusen und das wäre ja auch kontraproduktiv also ich würde ja keinem vertrauen der ein rechenzentrum hat wo jeden tag 50 leute durchgeschleust werden die sich da irgendwelche racks angucken wo man aus versehen auch mal auf den knopf drücken kann also das ist alles schwierig wo man da mal langsam hin müsste und ich glaube das ist so ein thema das sehen wir ja auch öfters dass man sich natürlich schon mal überlegen muss wie kriegt man das anders in griff und so ein ähnliches thema wie kriegt man das anders in griff ist ja das grundsätzliche sag jetzt mal so perimeter security thema was man da sehr häufig hat dieses thema du hast so ganz klare grenzen und diese grenzen überwachst du und weiß was von der einen seite zur anderen kommt also was kommt vom cloud anbieter zu mir und von mir zum cloud anbieter und so diese diese geschichten funktionieren heute halt einfach nicht mehr wobei eins muss ich noch mal widersprechen dsgvo vorab kontrolle ja nicht mehr du kannst mit garantien arbeiten also da ist jetzt mehr spielraum da da gibt es klare regeln muss es man muss es auch zertifizierung die es allerdings noch nicht gibt also das ist noch ein stück meint ich ja die standards noch nicht und die grundwerkzeuge hat man jetzt geschaffen in der praxis noch ein bisschen holprig weil man sich nicht klar ist weil man wahrscheinlich auch zumindest bei bei uns in deutschland zu viel in der alten welt noch denkt und hängt weil das natürlich auch klar ist da hat man erfahrung mit deswegen nähert man sich aus der seite kann man nicht verdenken weil wenn du was neues lernst dann ja solange diese schmeißt erst nicht mal alles weg sondern versuch dich solange du keine anerkannten audits hast ja musst du natürlich irgendwie selber zumindest die ein bild machen oder ist ja immer die frage wie machst du das ich sage ja auch nicht dass es nicht geht sondern die 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 anbieter lernen ja auch also wenn du dir heute zum beispiel ich habe mir das mal ein bisschen angucken müssen die große anbieter anguckst bin sogar der meinung dass die amis das mittlerweile fast besser machen wie wir in deutschland was du da mittlerweile an infos bekommst ja ja policies zertifikate berichte wirtschaftsprüfer und audits wie ausgeführten wie oft die ausgeführt werden und so weiter und so dass das schon gar nicht mehr verstehst wenn das ist schon ist schon ist schon nicht schlecht wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss ist dynamik ja also du hast halt einfach das thema was du heute ein schönes schönes beispiel wäre da microsoft wir du hast halt heute services die angeboten werden auf die du dich verlässt die müssen morgen nicht mehr zur verfügung stellen das ist ein anderes thema das aber aber das nehme ich noch mal auf das muss man ja hier aber das ist natürlich schon ein problem was in dieser dynamik drin liegt wenn mein unternehmen wird nur so lange zeug anbieten solange sie damit auch geld verdienen können das ist halt einfach so gut aber auch das wird sich mit der zeit einrenken und einspielen da bin ich schon überzeugt was hatten wir als zweites wo wollten wir noch ein bisschen hin wir hatten das thema kontrollen also das also erstmal noch eine ergänzung und zwar das vorab kontroll thema wollte ich nur mal es gibt natürlich das privacy impact assessment datenschutz folgeabschätzung die sozusagen so ein instrument ist das hat schon mit dem zu tun das ist sozusagen die 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 weiterentwicklung der vorab kontrolle also von daher ist schon richtig wie du argumentiert hast nur als ergänzung das thema kontrolle hat man das heißt kann ich selber nachgucken das haben wir jetzt damit abgelöst vertrauen würde ich sagen auch mit wenn die mechanismen jetzt gelebt werden wird das besser vertrauen muss ich natürlich haben und wem vertraue ich da jetzt also das ist so ein so ein ganz heißes thema da muss man halt also was ich so als werkzeug spannend finde ist sich mal das nebeneinander stellen sozusagen du hast so drei optionen einmal ich mache alles selber kann ich das wie weit bin ich da bin ich auf dem standard technik einfach checkliste abhaken dann neben dran ich nehme so ein klassik anbieter so wo ich noch hinlaufen kann in anführungszeichen wo ich noch erreichen kann outsourcing und dann lege ich neben dran cloud service mal ein prinzipiell als muster und dann habe ich mal die liste ab und dann komme ich auf ganz wenige punkte die sich unterscheiden und mit denen kann ich dann halt üben umzugehen wie so ein thema vertrauen da wird oft diskutiert die die da kommen wir jetzt in das thema standort welches recht ist anwendbar wenn du jetzt ein standard hast der eben nicht in deinem umkreis liegt und das fängt ja schon an wir hatten ja auch schon so sachen wie gesundheitsdatenschutz da bist du schon mit unseren bundesländern gestraft weil das kann jetzt in in hessen was anderes gelten wie in niedersachsen und die das ist sozusagen zum thema das hast du und das geht halt weiter da gilt halt in deutschland was anderes wie in den niederlanden oder in belgien und dann gehe aus der eu raus schweiz ist schon nicht mehr eu UK wahrscheinlich auch nicht mehr also bis ihr das hört wisst ihr mehr als wir genau und das ist sozusagen die problematik und dann usa und das ist oder asien oder südamerika oder afrika also da geht ja du weißt gar nicht wo es ist und da gibt es aber ein paar mechanismen man gebieten regionen dann muss man ja überlegen was habe ich da aber ich will gerade noch mal den punkt raus also diese ja mittlerweile gibt es cloud anbieter die sehr wohl sagen okay du kannst im prinzip so was wie eine vorwahl auswählen eine vorauswahl treffen was weiß ich regionen europa oder regionen nordeuropa oder mitteleuropa oder das ding ist in niederlanden und so aber es gibt da schon ein paar knacke punkte die wir mal so für den normalen menschen oder auch mittelständler oder so schon bis noch ein anderes noch einen anderen wind geben nämlich was sehr sehr häufig missverstanden wird ist in der regel bieten die dir an du kannst vorbestimmen in welcher region oder in welchem land die daten liegen die daten liegen und die eigentliche prozessuale verarbeitung das machen sie schon aber es gibt zwei knacke punkte sie garantieren die das nicht in fällen wo eine gewisse auslastung nicht mehr nicht mehr zur verfügung steht sprich wenn dann amsterdam halt nicht mehr funktioniert dann wird halt nach uk geschoben was demnächst unter umständen schon außerhalb europa liegt oder was weiß ich die region europa fällt aus oder hat größere probleme wegen irgendwas und dann wird es halt nach asien geschoben oder nach amerika das ist ein thema das zweite thema was auch gerne unterschätzt wird ist verarbeitung heißt wer aus welchem land heraus an daten rankommt und die sehen kann und die verarbeiten ist nur die halbe wahrheit sozusagen das thema wo die daten liegen also wo ist ja ich sage jetzt mal die virtuelle festplatte wo das zeug abgespeichert wird sondern wo sitzt der admin der das ganze ding bedient da unter umständen mal eine datenbank reingucken kann oder service macht übrigens auch zu dem thema eben natürlich muss ich bei cloud services und auch bei rechenzentren immer gucken wo ist da die grenze also ist das jetzt nur das stück blech was angeboten wird ist es auch die anwendung die angeboten wird also bis wohin kann so ein administrator jetzt zum beispiel auch reingehen in die daten sieht er sieht er nur den rechner dann ist das erstmal relativ unproblematisch oder es gibt zumindest möglichkeiten das abzuschirmen ja verschlüsseln und so aber wenn er die anwendung mit anbietet die datenbank dann ist das schon wieder eine andere sache weil dann so guckt natürlich ein datenbank admin guckt natürlich auch in die datenbank rein unter umständen wenn eine störung da ist und dann sieht er natürlich auch daten und das muss natürlich schon auch betrachtet werden ist klar aber ich wollte jetzt mal eine rolle zurück machen muss das mal prüfen brauchst du das weil nebenbei unser beispiel podcast wenn ich vorhab daten weltweit zu veröffentlichen das ist egal also das ist so das sollte man vorher sich angucken man sollte sich vorher angucken wie relevant ist es für mich also wir waren jetzt schon wieder in details weil man gerade vom medizinischen her kam und das hängt an mein geschäftsmodell wenn ich jetzt zum beispiel steuerberater bin da habe ich mit dem finanzamt zu tun da muss ich darauf achten wo liegt das weil im zweifelsfall hat das was mit zu tun mit beschlagnahme und irgendwelchen anderen rechten wo ich dann sozusagen vor ort gehen müsste oder wo jemand vor ort gehen könnte oder prüft mich wieder jemand habe ich aber irgendwas wo ich die ganzen sachen nicht habe dann bin ich wieder beim thema interessiert mich nicht kann ich einen haken dahinter machen ist kein problem für mich und das ist aber auch um noch mal zum fazit zu kommen dieselben fragen stellen sich auch mit dem zugriff und so weiter bei bei klassischer it klassisch meine ich damit es heißt jetzt nicht cloud service dann irgendwie anders weil es älter ist also das sozusagen auch nichts neues das heißt auch nichts wo man angst davor haben muss weil es gibt lösungen und ich muss halt erst mal überlegen was mache ich weil dann würde ich auf die frage kommen da waren wir ja wer hat es erlaubt dass das eine thema da wollte ich zwar zuerst mit rein habe ich meine daten wegen der einwilligung habe ich irgendwie die zweckgebunden wegen irgendwas speziellen oder will ich damit marketing machen und so weiter also diese ganzen themen die sowieso klären muss die verändert auch die cloud nicht weil das ist mein thema als derjenige der die daten verarbeiten lässt oder sammelt oder was damit tut das muss ich sowieso und dann muss ich noch gucken was tue ich damit und je nachdem welche gesetze gelten da weil da ich muss ich eventuell darauf aufpassen bin ich bin ich in medizinischen berufen unterwegs definitiv gibt es da auf dinge zu achten und da ist dann cloud eventuell was was ausgeschlossen ist weil eben bestimmte gesetze dagegen sprechen oder bestimmte regeln oder bestimmte clouds ja also im sinne von das darf vielleicht in der cloud also in einem rechenzentrum sage ich jetzt mal weil cloud ist ja eigentlich ein anderer begriff wenn du so willst in einem rechenzentrum in deutschland darf es vielleicht noch verarbeiten ich darf vielleicht sogar noch in einem rechenzentrum in europa verarbeiten aber ich darf es jetzt nicht mehr in einem rechenzentrum zum beispiel außerhalb europa der schweiz weil es wird ja nicht so zur europäischen union also wie gesagt das hat man mit dem thema lokation und was halt so ein thema ist was wirklich ein gefühlsthema ist es um gottes willen die daten liegen dort und dort das muss man sich halt sachlich mal erarbeiten und wir dann feststellen okay liegen sie bei was anderem auch oder ist kein problem mache ich eins draus oder das thema spionage wenn wir jetzt china noch mit reinnehmen russland amerika entschuldigung also usa kommt darauf an was du halt machst wenn ich jetzt podcasts mache ist das egal also da brauche ich es nicht diskutieren ob der cloud security act in den usa da für bestimmte komische konstellationen von bestimmten rechtsstreitigkeiten dazu führen dass diese daten dann angesehen würden ist halt bei einem podcast oder rss feed den ich sowieso zu itunes in die usa schicke brauche ich mir nicht nachdenken wenn ich natürlich grundsätzlich darauf gehe und sage ich wickele jetzt da eine kommunikation habe meine private sollte ich mir mal überlegen ist es mir das wert wo ist mein vorteil weil meistens ist ja so wie du vorhin gesagt hast das ja das ist ja nicht so dass das alles da ist oder nicht sondern du kannst die region festlegen du kannst auch den zugriff auf die services festlegen ist halt immer nur eine preisfrage das hängt am preis das heißt für genügend geld einwerfen kriegst du fast alles ja manchmal auch nicht manchmal nicht sage ich ja du musst dann ins kleingedruckte gucken und das ist aber oft eine preisfrage das heißt wenn ich den billigsten nehme wenn jemand sozusagen das irgendwie komisch zusichert dann hat das auch seinen grund und da muss man halt aufpassen und reingucken aber wie gesagt wenn es keine rolle spielt völlig egal bauchgefühl kann man was drauf geben oder nicht das ist auf jeden fall bauchgefühl ist für begründete entscheidungen immer unglücklich man kann sich da kriterien suchen oder zertifikate oder wer das macht also strukturiert mal durchgehen und wie gesagt wir haben gesagt ist eigentlich nichts neues das thema sollte man sonst auch machen also keine angst in dem fall risiko bewerten wenn ich nicht irgendwelche regularien habe die spezielle berufe erfordern wo sowieso ist und dann gibt es aber meistens auch spezialanbieter die mir dabei helfen ich sag mal das ist im prinzip auch nicht wirklich das problem das ist wie wir es eben schon ein paar mal jetzt hatten nichts neues jemand der ich sag jetzt mal ein krankenhaus eine krankenkasse mit mit datenverarbeitung zu tun hat innerhalb von so einem verein der sollte schon wissen was für was für eine gesetze für ihn gelten hoffe ich dann mal und dem gehe ich mal von aus und so gilt das auch für einen anwalt so gilt das auch für alle berufsgeheimnisträger die da irgendwie mit zu tun haben so gilt das auch für jemand der in der katholischen kirche natürlich auch dem katholischen kirchendatenschutz unterliegt genau und als podcaster der den deutschen podcast datenschutzgesetz unterliegt wer macht das tim oder ne papst timme aber eins wollte ich nochmal aufrufen weil du hast das vorhin schön formuliert kontrolle nicht in einer hand das ist in der Tat ein Thema und zwar immer dann wenn ihr euren Kunden wenn ihr Kunden habt und ihnen erklären wollt was er da tut dann müsst ihr natürlich euch zumindest das Zeug mal angucken was tun die da und da gibt es auch Services da weiß ich gar nicht mehr hat man ja vorhin mal erklärt okay ich dachte ich lade ein Update von Apple und dann haben wir was gesagt von Akamai von Amazon und so weiter also es kann schon beliebig komplex werden und das wird dann auch schwierig zum erklären und dann hast du auch deinen Kunden gegenüber nicht mehr die Transparenz und schreibst dann irgendwelchen Bullshit in deine Popup Cookie Popup Erklärungen die ich so hasse die eigentlich gar nicht notwendig oder auch Datenschutz die Bauchstelle mache ich jetzt nicht auf aber das ist nochmal vielleicht ein separates Thema genau weil Kontrolle nicht in einer Hand ist auf jeden Fall ein Thema es wird eventuell komplizierter aber wie gesagt überlegt euch erstmal was er macht was er braucht macht euch eine Checkliste und werdet feststellen das Thema Kontrolle kann man lösen Verarbeitung wo die ist IT-Sicherheit Vertrauen wer es erlaubt hat eins fand ich nochmal gut und zwar das sollte man sich grundsätzlich überlegen was ist wenn der Anbieter jetzt weg ist also das in der Tat was also nicht nur wie du gesagt hast in Europa fällt es aus weil da kann ich dann auch sagen okay dann ist halt nicht da dass das eine Auswahl Verfügbarkeit nennt man das unter den Kundigen das andere Thema ist die sagen jetzt mal wir stellen das Produkt ein wenn du da deine Existenz drauf abstützt dann hast du ein Problem das heißt die Abhängigkeit vom Hersteller sollte man sich auch überlegen wobei ich auch sage Locked in Locked in genau es ist aber nicht cloud spezifisch wiederum weil das passiert ja auch beim kleinen Rechenzentrumsbetreiber wenn der Mist baut und insolvent geht das passiert dir und die kann den seine Hardware weg dann hast du dasselbe Problem also was was heute schon ein bisschen also im Prinzip hast du das Problem bei allem was irgendwie angeboten wird also wenn du dich auf eine bestimmte Hardware verlässt oder den Vermieter von HP oder nur von IBM oder nur von dem oder von dem Lenovo war ja mal so ein schönes Thema alle Laptops von IBM jetzt auf einmal nur noch in China war ein riesen riesen Geschrei im Netz aber das passiert halt so und was was aber meiner Meinung nach sich schon ein bisschen verschärft hat ist die Geschwindigkeit mit der sowas passieren kann und die Größe oder die Tragweite der Konsequenzen die sich da raus ergibt also wenn die Vielfalt dieses Thema bei Cloud ist halt wenn du da wirklich Zeug drinnen liegen hast dann hast du nehmen wir dieses Beispiel Microsoft Cloud Germany oder die deutsche Cloud von Microsoft die dann nach knapp zweieinhalb Jahren irgendwie so kommuniziert wurde gibt es halt nicht mehr wir betreiben die schon noch ein paar Tage aber du musst raus aber dann hast du natürlich dann hast du natürlich schon also das war ja ein komplett anderer Ansatz der Business Case kaputt ja genau verdienst halt keine Millionen mehr mit in den Sand gesetzt und aber das Problem für Firmen die sich natürlich also ich kann mich noch gut daran erinnern ich habe bei Microsoft gesessen und meine Frage kurz bevor das bekannt gegeben wurde so vielleicht zwei drei Monate bevor das bekannt gegeben wurde war mein Gott wann wann gebt ihr mir das denn endlich mal auf Privat wann kann ich denn jetzt mal das Office das Office 365 einfach als Privatperson anklicken in Deutschland für 50 Cent mehr als genau ich würde ein bisschen mehr bezahlen aber ich will das bitte in der Germ Cloud haben ja und dann haben die mich alle ganz groß angeguckt und der relativ ja sag ich jetzt mal hohe Manager da bei Microsoft hat das überhaupt nicht gewusst dass es das nicht für Privatanbieter also für Privatkunden gibt und hat dann auch felsenfest behauptet das kann man als Privatkunde einfach bestellen das wäre doch gar kein Problem konnte man auch wenn man den Geschäftskundenvertrag geklickt hat dann hat man ein Problem eventuell ja also klar mit Tricks man ist dann aus deren Sicht Geschäftskunde aber ich fand das ich war eigentlich auf dem Weg hey Leute das müsste ja eigentlich viel viel mehr Leuten anbieten vielleicht hätte es mehr Kunden gebracht ja wenn du einen verkaufst der 100.000 Kunden gleich mitbringt oder User und 100.000 mal zahlt die 100.000 musst du auch erst mal überzeugen ist schon aber ja das Problem ist denke ich mal klar also dieses also diese Locked-In Problematik ich bin von einem ich bin von einem Provider anhängig der mir da was anbietet und ich kann es halt nicht bei jemand anderem nutzen so einfach und eben diese Problematik wenn der heute sagt hier war eine schöne Zeit aber genau das biete ich dir jetzt nicht mehr an dann hast du halt Pech gehabt bieten wir eigentlich unseren Podcast noch mit Okvorbis an mit was den Codec nee ich glaube nicht oder hatten wir mal drin im Programm ich habe mal alle angeklickt bis der Speicherplatz zu Ende ging dann habe ich gedacht das hat nie einer runtergeladen laut meiner Statistik und außerdem wenn du selber nicht mehr weißt was das ist dann wir haben auf jeden Fall verschiedene Formate dennoch aber das ist so das ist genau das Thema also wenn eine Technologie zu Ende geht wenn du auf auf den Player setzt der eben kein MP3 kann oder so und sagst MP3 eh tot weil sie gesagt haben Patentleute aus jetzt ist MP3 tot bieten wir es eigentlich in Flacker habe ich auch eingestellt weil es so groß weil ich hatte diesen komischen Vertrag und wir sind über das Limit und Providerwechsel tut halt weh weil wir sind locked in du weißt schon wir sind auch eingestellt in so einer Cloud ich will nur mal die Argumentation nochmal nach vorne bringen Flack ist einfach das ist der Typhi ich habe alles als Flack jetzt pass auf 196 Kilobit Flack das Problem bei uns ist allerdings wir haben ja öfters mal keine Kopfhörer auf und da möchte ich das auch nicht in High-Res-Flack haben weil das gerauscht und geknackt schöne Grüße an den Kritiker der uns regelmäßig hört und sich dann auch immer bei uns mit Recht beschwert dass es unanhörbar ist ich hoffe die Qualität ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen besser weil manche Sachen vergessen wir einfach aber das macht ja nichts weil wir haben es ja vergessen alles klar und bis zum nächsten Mal tschüssi bis zum nächsten Mal tschau dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt